Bro, du kannst entscheiden, ob du diesen Sommer broke sein willst oder endlich Geld verdienen willst. Du kannst entscheiden, ob du dir dein Traumauto diesen Sommer kaufst, 30k in der Tasche hast oder broke sein willst. Es ist alles deine Entscheidung. Es ist nicht dein Mindset, was Schuld hat. Es ist nicht deine Familie, es ist nicht deine Frau, es sind nicht deine Kinder. Es ist nicht dein Nachbar. Der Einzige, der aus deiner Broke-Situation rauskommen kann, bist du. Das heißt, wenn du heute was unternimmst, dann kannst du morgen davon profitieren. Go, Bro. Schau dir das Video nicht zu Ende an. Geh raus, poste jeden Tag Videos. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, wie du auf TikTok, Instagram und Facebook Geld verdienen kannst durch das Posten. Real Money. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sagen, es ist fake. Warum soll ich mich zum Affen machen auf YouTube? Der soll mir unter den Kommentaren 30k reinschreiben. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.